Oh, ich brauch ne Waffe. Okay, ich schaff das. Wer hat geschossen? Infiziert. Was? Das Mädchen. Sie ist infiziert und geflohen. Das ist schlecht, David. Okay. Versammelt alle, die nicht bewaffnet sind und bringt sie weg von hier. Wir finden das Mädchen. Wir wollen töten sie. Oh mein Gott. Bringen die Kinder hier weg. Los. Oh, verdammt. Hier reicht's langsam. Er ist diesmal zu weit gegangen. Ich sag das schon seit Monaten. Genug ist genug. Die Kwan hat unsere Männer getötet und sie ist infiziert. Lassen wir klar, Schiff. Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Herrschaft ab. Sie ist nicht hier drüben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach. Oh mein Gott. Danke. Oh, Sie sind nicht dabei. Oh Mann, oh nein. Das gleiche hier. Hier drüben ist es. Hier auch nicht. Ich sehe sie. Dich ab. Du gehst nirgendwo hin. Du gehst nirgendwo hin. Der reinste Irrgarten. Ich glaube, das kann zu einem echten Problem werden. Ich grübe. Ich grübe. Ich grübe. Oh, 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 oh. Du kannst nirgends hin. Willst du raus? Dann hol dir doch den Schlüssel. Du bist nicht infiziert. Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauch die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Komm raus. Du musst zugeben, ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz. Hab ich's dir abgenommen. Aber nur ganz kurz. Hey, Ellie. Das war gut, Kleine. Alles kommt in Ordnung. Du überraschst mich immer wieder. Zu schade, dass du uns ablehnst. Jetzt ist es zu spät. Wenn du aufgibst, wird es kurz und schmerzlos. Ehrlich. Hallo, Ellie. Komm raus, komm raus, wo immer du steckst. Auch. ARD Text im Auftrag von Funk